Super, total gut. Wir haben es uns sehr erarbeitet, wir haben ein sehr gutes Spiel in Hoferheim gemacht. Nachdem man 5-1 verloren hat in Dortmund, hat man eine super Reaktion gezeigt. In der Runde davor, im Achtelfinal und jetzt Viertelfinal in Bochum am letzten Wochenende geschafft, dass wir 40 Punkte haben. Wir sind jetzt in einer Situation, die total toll ist. Und jetzt geht es darum, dass wir ganz, ganz viel Energie auf den Platz bringen, weil Bochum natürlich mit enormer Energie spielt, mit viel Eins gegen Eins, mit ihrer Aggressivität in ihrem Spiel. Ich kann ganz viele Namen nennen, aber Gamboa zum Beispiel ist so ein Beispiel. Pela Kotschab, das ist natürlich Energie pur. Und vorne übers Tempo, wissen wir ja, was sie für Tempo haben. Holtmann, Lokatio, Andrea Cze. Das ist eine richtig gute Bundesligamannschaft. Wenn man so die ersten paar Spiele weg nimmt, wo sie wenig Punkte hatten, habe ich eine super Punktebilanz jetzt, spiele richtig guter Fußball und schieße Bayern 4-2 aus dem Stadion. Da weiss ich, was auf uns zukommt. Aber, ich habe es vorher schon gesagt, wir haben gut gespielt in Bochum. Und wir kommen auch mit einem Selbstbewusstsein dahin, weil wir eine sehr gute Saison bis jetzt spielen. Aber jetzt wollen wir unbedingt ins Halbfinale. Und ich hoffe sehr, dass wir mit dem gleichen Hunger, mit der vollen Überzeugung auch im Spiel sind, so wie Bochum. Ich gehe davon aus, dass es absolut auf Augenhöhe abläuft, dieses Spiel.